Warum erlöst der Papst vom Fegefeuer nicht um der heiligsten Liebe willen? Was für ein trunkener deutscher Mann schrieb das. Martin Luther. Ist es Gottes Gabe, die wir in seinem einzigen Sohn anbeten? Oder sind es bloß Holzsplitter oder rostige Nägel, die wir verehren? Du würdest des Volkes Glauben erschüttern, wenn du die sichtbaren Stützen dieses Glaubens zerstörst. Setze den Ablass auf, aber etwas großzügiger als üblich. Glaubt mir, wenn die Silbermünze in dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. Unser Herr Jesus Christus hat für unsere Erlösung mit seiner Menschwerdung und mit seinem Blut und Tod für uns bezahlt für ewig. Wie kann da irgendein sterblicher Mensch, Fürst, Mönch oder Papst noch einmal eine Bezahlung verlangen? Setzt einen Bann auf gegen diesen Mann. Ich möchte sehen, ob sein Glaube auch noch unter dem päpstlichen Bann bestehen kann. Im Glauben lebt der Mensch und wird gerechtfertigt. Nicht durch das, was er selbst tut. Sei es durch Verehrung von Reliquien, Dingen von Messen, Wallfahrten nach Rom und Kauf von Ablasszetteln. In der gesammelten Weisheit unseres Glaubens wird er den Frieden finden, den er sucht. Was wäre, wenn die Schrift in die Hand des gemeinen Mannes gelangte? Was, wenn jeder Bierzapfer der Schweinehirt sie in seiner Sprache lesen und für sich auslegen könnte? Was dann? Nun, vielleicht hätten wir dann mehr Christenvater. Jeder einfache Laie mit der Heiligen Schrift ist größer als der mächtigste Papst ohne sie. Ketzerei, Dr. Luther, Ketzerei! Lass Luther schreiben, predigen, streiten und diskutieren. Ich verbrenne seine Bücher. Ihn selbst will ich verbrennen und seine Asche in die Elbe streuen. Jeder Mensch, der unter Anklage steht, hat ein gerechtes Verfahren vor seinen Landsleuten zu beanspruchen. Wir brauchen nur den Glauben. Unseren Glauben. Wir schreiten vorwärts. Und was uns im Wege steht, muss weichen. Widerruft ja eure Schriften. Ich kann nicht und ich will nicht widerrufen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Allein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.